Wann ist eigentlich eine Kündigung auf Eigenbedarf wirksam? Er hat schon eine ganz wichtige Frage. Ich habe die Kündigung von meinem Vermieter erhalten auf Eigenbedarf. Ich traue der Sache aber nicht. Was steht denn in der Kündigung drin? Warum wurde denn auf Eigenbedarf gekündigt? Hier steht jetzt Eigenbedarfskündigung wegen der Eltern. Ja, die Kündigung für Eigenbedarf ist in Ordnung, wenn es für Kinder, Enkel, Großeltern und für die eigenen Eltern ist. Geschwister, Stiefkinder, Nichten und Neffen gehören auch dazu. Der Vermieter muss konkret benennen, für wen die Eigenbedarfskündigung ist. Beispielsweise für die Tochter und deren Freund. Den Namen von dem Freund muss man dann nicht nennen. Ich weiß zum Beispiel, dass mein Vermieter mehrere Immobilien hat. Muss er auch reinschreiben, warum er genau diese Wohnung will? Ja, eine genaue Begründung muss hier erfolgen. Wenn der Vermieter die Wohnung als Altersursatz nutzen möchte, weil sie einfach für einen älteren Menschen besser geeignet ist, dann darf er kündigen. Okay, ich wohne jetzt seit 8 Jahren in der Wohnung und hier steht eine Kündigungsfrist von 3 Monaten. Ist das so korrekt? Nein, das ist so nicht korrekt. Denn Achtung, bei einer Mietdauer bis zu 5 Jahren beträgt die Kündigungsfrist 3 Monate. Und ab 5 Jahren beträgt die Kündigungsfrist 6 Monate. Und ab einer Mietdauer von 8 Jahren hast du sogar eine Kündigungsfrist von 9 Monaten. Super gut zu wissen, dann habe ich hier auf jeden Fall länger Zeit. Doch was passiert eigentlich, wenn der Vermieter sagt, er gibt die Wohnung seiner Tochter, die zieht aber gar nicht ein, er lässt jemand anderen einziehen, der eine viel höhere Miete bezahlt. Dann droht dem Vermieter ein hohes Bußgeld. Wurdest du schon einmal wegen Eigenbedarfs gekündigt? Wir schauen, dass mit der farewell ist. Wurdest du noch